Riesendiskussionsthema heute bei uns im Büro und zwar kam meine liebe Kollegin Leonie auf uns zu und hat uns allen dieses Kleid gezeigt. Jetzt ist die Frage, welche Farbe hat dieses Kleid? Unterschiedlicher hätten unsere Meinungen nicht sein können und ich möchte jetzt rausfinden, welche Farbe dieses Kleid tatsächlich hat. Hi, darf ich dich ganz kurz mal stören? Und zwar möchte ich dir ein Foto zeigen von einem Kleid und du sagst mir nur, welche Farbe das hat für dich, okay? Silber-Schwarz. Welche Farbe hat das für Sie? Lila-Schwarz. Lila-Schwarz. Ja. Beig-Weiß. Schwarz-Blau. Schwarz-Blau? Ja. Also das ist das Kleid. Welche Farbe siehst du darauf? Braun-Weiß. Braun-Weiß? Ja. Gut, vielen Dank, das war's schon. Also ich dachte und zwar es wäre Gold, aber Braun ist auch fein. Das heißt die Männer kennen sich da deutlich besser aus. Ja genau, ist richtig. Und für Sie ist das Kleid? Gold-Weiß. Okay, super. Gestreift, nicht längs, sondern quer. Grün-Weiß. Grün-Weiß. Ich weiß nicht, wo das Grün sein soll, aber interessante Meinung. Weiß mit, na bunt ist es, mit Rot und weiß und blau. Was meinen Sie, welche Farbe hat dieses Kleid? Beige. Reinbeige? Ne, gestreift. Quergestreift. Grau und schwarz. So unterschiedlich, wie die Meinungen bei uns im Büro waren, waren sie auch hier draußen. Wir hatten Blau, Rot, Weiß, Grün, Schwarz, Grau, Silber, Gold. Es war alles dabei. Und jetzt möchte ich wissen, was denkt ihr da draußen? Schreibt es hier unten in die Kommentare rein. Schreibt es hier unten in die Kommentare. Schreibt es hier unten. Schreibt es hier unten.